Solltest du dich in den aktuell schwierigen Wirtschaftszeiten aus dem Angestelltenverhältnis raus in Selbstständigkeit begeben? Oder solltest du lieber im Angestelltenverhältnis bleiben, weil es da ja sicher ist? Diese Frage beantworten wir in diesem Video. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen bei diesem Video erstmal. Mein Name ist Alex, du kennst mich vielleicht schon. Und wir beraten ja, oder haben in der Vergangenheit mal über 600, 700 Unternehmen bereits beraten im Handwerk, wo es auch häufiger mal die Diskussion gibt oder die Frage gibt, sollte man überhaupt in der jetzigen Zeit sich selbstständig machen als Handwerker? Oder sollte man lieber auf die Zeiten warten, die rosiger sind, die besser sind, die einfacher sind? Naja, im Endeffekt ist es in meinen Augen eine Philosophiefrage. Jemand, der wirklich Unternehmer ist, jemand, der wirklich gerne selbstständig sein möchte, der wird es zu jeder Zeit machen. Weil erstmal das Angestelltenverhältnis, naja, das bringt eine gefühlte Sicherheit auf jeden Fall. Aber letzten Endes ist es so, dass wenn dann doch mal bei einer größeren Firma Einsprachungen vorgenommen werden, direkt tausende Leute auf einmal gekündigt werden. Also so wirklich sicher ist man da auch nicht und vor allem hat man sein Glück nicht wirklich selbst in der Hand. Und wie gesagt, es ist am Endeffekt eine Einstellungssache. Also wenn du so eingestellt bist, dass du sagst, du möchtest dich selbstständig machen, weil du dein Glück eben selbst in der Hand haben möchtest, weil du eben unabhängig von anderen deine wirtschaftliche Lage verbessern möchtest, dann solltest du in die Selbstständigkeit gehen und dann ist die Zeit auch egal. Klar, es ist jetzt vielleicht etwas schwieriger. Auf der anderen Seite, wer es jetzt schafft, Geschäft zu machen und jeder, der wirklich selbst motiviert ist und der offen ist für neue Ideen, wird auch in dieser Zeit, wird er in jeder Zeit immer eine Möglichkeit finden, Geld zu verdienen, gerade im Handwerk. Aber wenn du es jetzt schaffst, dann wirst du es in den zukünftigen Zeiten halt deutlich, deutlich einfacher haben. Es wird viel leichter sein, wenn die Zeiten besser werden. Es hat die letzten Jahre jetzt sehr, sehr viele, ich sag mal, Schönwetterunternehmer gegeben. Die sind halt Unternehmer geworden, weil die Zeit halt einfach gut war. Es wird aber in Zukunft sicherlich so sein, dass viele von denen vom Markt verschwinden. Und es wäre egal gewesen, ob die sich vor fünf Jahren selbstständig gemacht haben, vor fünf Tagen oder vor zehn Jahren. Diese Leute, die einfach zu unflexibel sind, die eigentlich nicht wirklich Unternehmer sind, sondern einfach da reingerutscht sind versehentlich vielleicht, weil sie gekündigt wurden und es einfach selber probiert haben und das Glück hatten, dass die wirtschaftliche Lage gut war, werden in der jetzigen Zeit verschwinden. Also es ist relativ egal, ob du auf eine gute Zeit wartest. Wenn du einfach vom Inneren her diesen Drang mitbringst, dich selbst entfalten zu wollen, den Drang mitbringst, auch vielleicht mehr zu arbeiten, wirst du in jeder Zeit erfolgreich sein. Wenn du auf der anderen Seite das nicht tust, dann wirst du vielleicht kurzfristig erfolgreich sein. In der Zeit, wo es dann aber schwieriger wird, eh verschwinden vom Markt. So ist es einfach. Das ist einfach eine ganz simple, rationale wirtschaftliche Betrachtung. Und selbst die Reserven, wenn man überlegt, ein Handwerksbetrieb, der gut aufgestellt ist, hat seine zehn Prozent am Gewinn vom Umsatz. Bedeutet, der muss zehn Jahre wirtschaften, um ein Jahr Umsatz mal irgendwie auf die Seite zu legen. Also du siehst schon, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und ich meine, in den letzten 20, 30 Jahren gab es auch Zeiten, die etwas schlechter waren. Auch wenn es jetzt die letzten zehn, 15 Jahre vielleicht angenehmer war. Aber du siehst schon, letzten Endes geht es nicht darum, welche Zeit wir haben, sondern es geht darum, wer du bist und darum geht es immer. Es geht nicht um die äußeren Faktoren, es geht darum, was du damit machst, sondern es geht darum, wie du selbst halt vorankommst. Und wenn du sagst, okay, du hast da komplett Interesse dran, du willst dich selbstständig machen, du hast dich vielleicht schon selbstständig gemacht, dann melde dich gerne auch bei uns, dann können wir dich auch gerne beraten und können dir Ideen mitgeben, wie die Leute, die auch in der Krise wachsen, das genau veranstalten, wie genau die das machen. Von daher, lass gerne einen Daumen nach oben da, wenn dir das gefallen hat. Gebt gerne einen Kommentar, wie es aussieht, ob du selbstständig bist, ob du vielleicht noch angestellt bist, ob das Video dir irgendeinen Impuls da geben konnte. und vergiss auf jeden Fall nicht, auch die zukünftigen Videos zu schauen, weil da werden wir genau diese Themen besprechen, die eben Gewinner in der Krise ausmachen.